ja hallo und willkommen zurück zu check the line 2 wildfire ja man glaubt es aber kaum nach nur einer kleinen pause macht auch tatsächlich hiermit weiter ich musste nur leider dafür neue spiel starten denn hatte den alten spielstand nicht mehr aber auch wenn ich doch gehabt hätte ich sowieso neu starten müssen denn kapitel ein bisschen was sie an wildfire geändert aber dazu werde ich später noch genaueres sagen ansonsten auch gleiche besetzung nur hier barry ungas hinzugekommen die mag ich auch sehr gerne also zeigt auch den gleichen charakter gemacht die werte habe ich nur unwesentlich angepasst sonst ist eigentlich alles so ziemlich dasselbe und soweit waren wir ja letztes mal auch schon ja letztes mal lange ist sehr ja was war passiert so in der zwischenzeit gestoppt und war ja hier bei der eroberung des kaffens das mittlerweile auch abgeschlossen und da können wir nämlich jetzt nicht hier zwar über barry briefs können wir jetzt hier endlich waffen bestellen oder auch nicht heute zumindest halt auch munition und rüstung und so weiter können wir jetzt halt alle nach der rassen liefern lassen allerdings muss man sicherstellen dass so ankommen und dazu klein nicht rechte maustaste das wäre es mal mit diesem typen hier quatschen was willst wir können erst mal direkt ansprechen ich kann es mir egal sein wer den krieg gewinnt es gibt schon idioten hier ja ja da muss man sicherstellen dass auch die sachen die wir bestellen denn auch hier an der kiste halt ankommen und dazu wenn wir den jetzt ganz einfach bestechen man könnte natürlich auch töten und dann kommt einer vertretung vertretung die inhalte setzt allerdings habe ich da keine wirklich guten erfahrungen mitgemacht und deswegen lasse ich lieber dabei dass ich den halt bestecher war viel geld haben wir nicht mehr kann von mal 500 reichen kaffee geld hilft mir meine augen zu halten wenn du weißt was ich meine gut das reicht jetzt wird nämlich jeder bestellte ware halt ankommen hoffe ich doch jedenfalls war es so immer wenn ich bestochen habe und ja von kaffee geld gesprochen habe kam wirklich jeder war immer zu 100 prozent an und bestellen wir gleich mal was denn wie man wie man einen ganzen lebensbalken erkennen kann es hätte besser laufen können und die erste für kästen sind ein bisschen mangelbar deswegen stellen wir damals ganz schnell was verbandskasten noch nicht und zwar ja vorrätig ja bestimmt zwei bereichen dann will das auch ganz gut bestellen bestimmungsort ganz wichtig im adressen auswählen machen darüber nacht express also das war bei standard service wir haben nicht viel geld stellen los geht's ja ich habe überlegt ob ich jetzt erst noch eine nacht warte eben den nächsten sektor angreifer ich denke das lässt sich schon machen machen die anzeigen bereiten mit sorgen es existieren feinde in dieser region ja was machen war ok ja ich halte mich ein ja jetzt kann ich ja alle stealth modus anmachen und dicke lärm verursachen hier hoch die ist die eieruhr abgelaufen oh ging das schnell los haben wir den ja gleich mal kaputt ja so raven soll ich auch aufs dach können sie ja schon rennen das noch vorrücken ja bisschen auch verteilen nach da ja ja ok ach bisschen lässt sich jetzt hier in 19 zu klicken ja ok ja 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 sofort und dann geht das ganze los das ganze schutz schutz ja ich war ja von haus zu haus durch arbeiten ja ja man kann die hier kann ihn treffen ja das sieht ihn nicht ach komm das muss doch jetzt richtig sein und nein noch nicht ganz gut aber egal bei dem muss man nichts mehr machen die laufen da weiter ja okay die metrien begleitung ja okay ja ich weiß jetzt nicht ob hier noch einer und doch was hier ist man mindestens einer drauf ach die ist doch gar nicht rum reichlich die arbeiter können hier weiter da ist er weg muss man zusehen dass ich vorsichtig agiere denn ich will halt keinen seltener verlieren und einfach mal folgendes ich speichere jetzt schon mal der haupt speicherstand mission dann hat schon ein ausweich speicherstand ich dafür kritische situationen verwende ist denn kletterst du hoch wert gemacht oh ja ein bisschen munition das ist ganz gut okay das war ja schnell dann auch die mine im nächsten sektor einnehmen damit erst mal wieder geld reinkommt ich habe allen söldnern dann zwei monen vertrag gegeben bis dahin sollte es ja wohl schaffbar sein ach so ach so der ist aus donner sieh voraus ach ja halt das problem wieder ja das war nicht so schön da wird sich schon mal den ersten jogger das heißt er läuft nicht so weit ja 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 mit dem punkten müsste er dann eine unterbrechung kriegen wenn der gegner an seinen sichtfeld läuft ja nun mal das passiert das ist alles normal wird gemacht bis dahin ja 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 ich bin ein bisschen hakelig diese steuerung musst du mich auch erstmal wieder ein bisschen einfummeln ja ok ok das ist ja auch in der ganzen zwischenzeit nicht mehr gespielt ok ja mal eine waffe in die hand hier liegt was ja gut was war das ich habe gerade ein geräusch gehört ich habe gerade ein geräusch gehört ja sag mal das darf doch nicht wahr sein aber du machst ihn fertig gut sehr schön ja gut da weiter wird gemacht da weiter da weiter ach immer das ebenen arbeit ja dann ja ja ok kaufen wir mal das ist was bringt weg dir hier ein bisschen aufteiler ja ja ich speichere mal wieder speichern kann man gar nicht oft genug ja weiter ach gut wenn wir den gleich hier im gebäude halt ausschalten ach das ist immer so nervig ja 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 die ganze zeit nicht und damit du halt mal reingehst und kriegen die halt unterbrechungen verpassen halt einen von deinen gleich mal im kopf schluss und dann sitzt sie weg und jetzt lassen wir mal glück gehabt ich hatte jetzt nämlich die befürchtung dass boulder jetzt eine menge abkriegt aber glück gehabt bislang scheinen die alle freiwillig her zu kommen ganz gut geteilt ja los weiter ja 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 okay da hat man ja eine bessere übersicht ja da sind sie oh mal dass er da oben nichts abkriegt versteckst dich hier in den baum ja ja das heißt dann können barry und dimitri hier schön außen rum laufen und denen in die flanke fallen wird gemacht so ja ok so ja 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 ich hab das gehört ja 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 fantastisch zeit für kleiner schub zu sorgen ja machen wir gleich so dann war jetzt hier noch einer ach komm nena ne kommen sollte passen jetzt wo ich also neu laden so die seite ist so reich am liebsten wäre mir jetzt auch eine autospeicherfunktion die haben jeder runde speichert also was noch mal da jetzt er will nicht so ganz daran denken wenn die beiden gegner sehen erst mal wieder ein bisschen zurückziehen könnte sonst tödlich enden okay gehen mach ich ja ach ganz schritte wieder wieder wollen jawohl ja ok naja solange die nicht treffen ich höre was ja jetzt weitermachen nochmal speichern oder eine schnellspeicherfunktion würde mir auch schon reichen dann einfach mit einer f-taste schnell erledigt und macht ihn hier fertig muss nachladen ach komm das gefällt mir ja nein kein feuerstoß gibt es nicht das schluss ober cool joo das war ober cool hab feindkontakt na meint doch da ist noch einer schießen ja 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 kann man so machen ja ja okay so dann können wir jetzt hier weiterlaufen ja aber wenn wir da andere gemacht ja 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 der puls sieht man besser dort ab ach so da sind die toiletten ja gut dass die kugel ohne klotschüsse gelandet deswegen hat keiner von beiden getroffen und jetzt natürlich auch ja ein genaue schuss externe die er ging weiter daneben als es aussah dem irgendwann die munition ausgeht ok ok so lange der sich da hinten auffällt kann man halt hier vorne problemlos eindringen ja hallöchen ich könnte nur durch den direkten kopftreffer zu machen speichern war noch mal allerdings das ist sehr schön rüberkuh das ist jetzt mal der nix von dem bisschen darauf achten wie viele gegner noch für übrig ist kann man ja im ladebalken so ein bisschen zumindest abschätzen ja mach ich ja jawohl doch ja ok wenn die pech haben kriegen die ja gar nichts ab ich höre was zeit für ein kämpfchen ach komm das ist doch so nichts also auf jeden fall sind auch noch genug leute übrig so das heißt hier noch mal einmal Kopfschuss bitte danke rüberkuh ja das kino die ich glaube ich ja die hat noch kein 80 gerät verpasst vielleicht vorher ein bisschen sondern wenn tun machen sollen ja sind wir zum beispiel die hatten 80 gerät hatte denn eins der hat sogar zwei jetzt aber heute der alles darf wohl lieber sein ja ok gehen wir nach kauf jetzt muss ich mal ein bisschen ja alles sortieren ja bleib ruhig und ich bleib ruhig im licht ok ja jetzt das ist ja schon mal nicht mehr viel machen können wenn erst mal schuss ab kriegt hat er nicht mehr so viel ap ach speichern immer speichern es sei denn jemanden sind die eigenen leute total egal ich denke mal kannst du auch hier runter ja da 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 war ja ich ganz genau gesehen ja ok ja weg vom licht da ist ja ich tausche einfach mal das 80 gerät aus und das uv 80 gerät kann noch ein feld weiter sehen dunkeln ja ok ja brain kriegt nicht viel zu tun ist vielleicht auch besser so ja ja komplett um die ecke hier laufen ja ja und ist ganz gemütlich er hatte nicht genug punkte achten ich habe das gehört geht dann aber noch 12 und hier drüben noch drei hier läuft einer um vier vermute mal hier auf dem dach ist auch noch einer oder hier auf den dächern fünften sind von immer noch sechs übrig die netz ausschalten nicht schnell und tschüss ja ja von den geschätzten sechsen sollte jetzt nur noch viel übrig sein aber wie die alle niedergemacht werden gibt es erst in der nächsten folge zu sehen also bis dahin tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020